Hakuna Matata, buccia! Seid herzlich willkommen in einer weiteren Folge South Park! Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass wir eine geheime Fähigkeit haben. Wir können nämlich den Kindern Hausarrest ersparen. So, wir haben immer noch die Kraft von 421 und ich bin immer noch am überlegen, ob ich in die Raisins bar soll. Aber ich glaube, das wäre zu mutig. Deswegen nehmen wir den Standardauftrag an und infiltrieren die anderen. Und ich muss sogar hier hingehen. Oh, okay. Da haben die also ihr Lager. Aber warum habe ich hier keine Bushaltestelle? Muss ich noch ein bisschen zu Fuß gehen? Also, wohl zu Tolkien nach Hause. Da haben sich natürlich ein schickes Hauptquartier ausgedacht. Oder ausgesucht eher. Hallo, kann ich mit Ihnen ein Foto machen? Nee, okay, dann verschwinde ich wieder. Das haben wir schon eingesammelt. Drivealong 3! Terrence und Philipp! Nice! Ich müsste da... Du denkst, du kannst das Chaos besiegen? Wollen wir die platt machen? Ja, doch, mach mal platt. Quats! Quats! Und? Und, 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 und! Sind die jetzt alle vollgepupst? Hopfen wir mal. Aber ich glaube, cool, müssen wir wieder auswechseln. Der hat mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich sagen. Was ist denn los? Dein Scheck ist geplatzt. Die Schergen des Chaos möchten bezahlt werden. Hmm. Wen ziehen wir ran? Den ziehen wir ran. 500 Leben? Verrückter Tobak hier. Selbst bei frühen Dr. Who folgen, sahen die Effekte besser aus. Eure Kostüme sind so schrottig. Oh, bam, bam, bam! Oh, Triple getroffen! Langsam kann ich ihn doch. Er kann mich angreifen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und ich habe das Gefühl, ich brauche einfach mehr Gesundheit. Ich habe echt wenig Gesundheit. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Chaos-Kite? Dead-Wort-Spiel. Hup! Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Okay. Oh, den würde ich gerne verwirren hier. Den verwirren wir. Los, greif deinen Kollegen an! Ist eine geile Fähigkeit, by the way. Was? Ich breit... Oh. Oh, man, oh, man. Wir gehen natürlich hier raus. Ziehen aber nochmal den 500er-Typen hier ran. Und der kriegt dann Damage. Geil! Bup! Schluss jetzt! Dann zuhle ich den echten Furzen, denn selbst Justiz. Oh, 176 Damage. Böse Löse. Ja, da gehen wir nochmal drauf. Den können wir sogar platt machen. Machen wir auch. Bam, bam, bam! Langsam habe ich es echt drauf. Verneiß dich vor dem Chaos-Dummkopf. Kann mal jemand den Hut aufbischen? Spreng dich doch mal in die Luft. Lauf halt zu Mama, du schwach Mart. Mikroaggression. Schlag ihn! Ja! In dein Gesicht. Bam! Oh, oh. Was hat er vor? Oh, jetzt brenne ich auch noch. Auf! Wann sprengt der Typ sich denn in die Luft? Laut Wetterbericht Hagels Schläge! So, den ballern wir zurück. Oh! Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Hm. Da gehen wir auch nochmal drauf. Aufladen! Yo! Sieht aus wie Kamea. Ja, wozu Goku? Oh, die ultimative Fähigkeit will ich auch nochmal sehen. Oh, ich würde gerne nochmal die ultimative Fähigkeit von mir nutzen, aber wir wollen das ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir ziehen ihn ran. Das sind doch eigentlich seine Schergen. Warum freut er sich so? Walkie Talkie und 2,18 Dollar. Ui, so langsam kriegen wir echt Cash ran. Und das haben wir doch gar nicht weggemacht. Ja, dann Toolshed. Auch wenn wir dich gleich infiltrieren. Ich brauche nochmal eben deine Hilfe. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man vor die Wahl gestellt wird, ob man jetzt in deren Team, also in das DC oder das Marvel Team möchte. Und das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. Beide Teams haben was. Aber bei dem anderen ist natürlich Kenny drin. Und Kenny ist einfach mein Lieblingstyp. Ach, das habe ich nur noch nicht freigeschaltet? Boah, wie lächerlich. So, das kommt nicht mehr vor. Tokens Haus, Punkt freigeschaltet. Geschafft. Hallo. Hallo, rede doch mit mir. Okay, dann gehen wir einfach rein. Hier ist die Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. X-Men-Verschnitt oder was? Komm, hier lang. Ja, geh mal vor. Oh, können wir da jemanden anrufen? Nee, leider nicht. Ah, da ist also Ihre Geheimtür. Ha, Sie glauben, so ein Terminal-Dings hält Professor Chaos auf? Okay, jetzt heißt es wieder. Furz-Hamster. Ich finde diese Fähigkeit so ultimativ random. Okay. Aufladen. Reinziehen. Und Feuer. Der arme Hamster. Wo ist der gerade hingeflogen? Eigentlich wollten wir uns ja nochmal das Haus weiter anschauen. Bam. Was ist das für ein großes Haus? Okay, noch ein bisschen hier holen. Können wir das Bild vielleicht drunter schießen? Nein. Oh, da haben wir wieder diese komischen Bären. Einsacken. Klar, klar, ich erinnere. Oh, hier lang. Oh, ja, fand ich toll. Ich erinnere. Erinnerst du den Angriff? Oh nein, bitte nicht weiterreden. Oh, ich erinnere. Das war toll. Nach draußen gehen wir erstmal nicht. Aber wir gehen nochmal nach oben. Alter, die haben ein Haus. Hier kann man richtig geil looten und man kriegt auch ordentlich Knatze. Hier noch irgendwas? Nee. Okay, hier wieder raus. Nächstes Zimmer. Oh, da haben wir auch was. Eine Taschenlampe. Der hat ja ein geiles Bett. Oh, das hätte ich damals auch gerne gehabt. Einschalten. Wie heißt das? Gamescube? Sexy Bild oben links. Aber was bringt das eigentlich? Kann man hier irgendwas noch finden? Da kann man ja nicht interagieren. Ich mache mal den Fernseher an. Das war ein bisschen Stromgeld, was drauf geht. Aber ich denke mal, das stört die nicht. So, hier war der Fitnessraum. Können wir hier was kaputt machen? Nee. Nee, da tut sich nichts. Aber hier können wir doch bestimmt... Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Twig and Craig, weiße Nächte. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte hier zu dem Globus gehen. Aber war geplant natürlich. So, ab nach unten. Und dann schauen wir mal, wie die so hausen. Ob es bei denen cooler ausschaut, als bei Cartman im Keller. Bam! Das sieht schon ziemlich viel geiler aus. Scheiße, sieh dir das an. Das nenne ich mal eine Superheldenbasis. Donnerwetter, die haben einen Trainingsraum, Computer und Licht. Dagegen ist die Kuhnbasis ein Dreck. Oh, oh. Hier könnte ich jeden Tag spielen. Eine Falle. Eine Falle. Oh, hey, äh... Hey, Mysterion. Wir wollten nur über das Timothy reden. Warum? Wir finden nur, dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist und, äh... Dachte mir schon, dass du hier landen wirst. Sie wollen ausspionieren, woran Timothy arbeitet. Reißen wir sie in Stöcke? Nun mal langsam. Hören wir, was sie zu sagen haben. Oh Gott, wer ist das? Das ist ein schockierender Gesinnungswandel für dich, Professor. Du willst dem Neuen wirklich helfen, die Franchises zu wechseln? Und kann er lügen? Ja, ähm, naja, wir finden nur, dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist und, äh... Na, naja, wir dachten einen Wechsel bei Kuhn und Friends keine Zukunft haben. Oh Gott, der Neue hat mich gefragt, wie trete ich bei Kuhn und Friends aus und da ich Kuhn und Friends hasse, helfe ich ihm. Hast du was erfahren? Die Alufolie auf seinem Helm blockiert wohl meine Fähigkeiten. Daran liegt's. Vertraue ihnen nicht, Doc. Sie dürfen nicht sehen, woran du arbeitest. Und wenn Wunderarsch wirklich wechseln will? Wir werden sehen, ob Wunderarsch gute Absichten hat. Oh, jetzt fühle ich mich echt schlecht. Ich schicke die Superdose auf eine wichtige Mission. Du kannst ihm dabei helfen. Braucht keine Unterstützung. Schon gar nicht von dem Neuling. Sei nicht so, Tobi. Denk an das Motto der Freedom Pulse. Ja, Sanktionen, aber mit Inklusion. Ich schicke euch die Details. Oh, das ist aber schlecht. Bis dahin muss ich wieder an die Arbeit. Nice, wir haben also Token im Team. Oh, Freedom Pulse. Kann ich jetzt schon ein bisschen was ändern? Oh, nice. Tweak ist eher das Hirn. Und Tupperdose ist eher so die Macht. Okay, kann ich den eigentlich auch noch auswechseln? Oh, Mysterion. Geil, Mann. Okay, geiles Team. Los, Attacke. Du willst zurück? Vergiss es. Der Doc arbeitet an etwas, das uns alle retten wird. Okay, lass uns ein Foto machen. So schnell, zeig erstmal, dass du wirklich zu uns gehörst. Ah, blöd. Training Room. Okay, hier kann ich aber nichts machen, oder? Nee. Gerade noch nicht. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Hier wieder rausgehen? Sorry, falls ich nicht ganz bei der Sache bin. Mein Dad wurde ganz... Danke nochmal wegen der Sache. Was ist mit deinem Dad? Ich lass die neue Hardware nicht an. Okay, jetzt habe ich einmal nicht zugehört. Alter, das sieht aber auch echt fresh aus. Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Ich möchte bitte hierbleiben. Alter, die haben ja auch hier sogar richtige Waffen, Mann. Oh. Magnetmeisteranzug. Uh. Accessoires. Wow. Nice. Berserkerrad-Rezept. Da klebt einfach eine Hasenfoto, oder was ist das? Aber das ist nice. Das müssen wir eigentlich kaufen. 18 Dollar. Oh, das machen wir. Okay, was brauchen wir dafür? Jetzt craften wir mal eine Runde. Crafting. Artefakte war schon richtig. Können wir easy kaufen. Oder easy craften. Komm. 75 Punkte. Nice. Okay. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und wo können wir das ändern? Jetzt richtig. Dann nicht. Voila. Achso, wahrscheinlich bei den Sternchen können wir es dann ändern. Hm. Die Frage ist jetzt, wir machen einfach nur kritischen Trefferschaden plus 5. Aber wir verlieren auch Bonus-Verbündeten-Gesundheit. Ich weiß gar nicht, ob das so viel geiler ist. Aber wir kriegen ein bisschen mehr Macht. Wir machen es einfach mal. Vielleicht können wir hier das wieder einsammeln. Ja, das machen wir. Das ist eine gute Alternative. Wow, das muss mindestens 100 Kröten gekostet haben. Okay, dann haben wir hier was geschafft. Wir gehen jetzt raus. Und wir könnten jetzt... Ich will mich glatt bei den Raisins eigentlich versuchen. Hm. Wollen wir es mal versuchen? Ganz ehrlich. Wir machen das jetzt. Wo kommt der denn her? So, benutzen. Einmal haben wir verkackt. Oder wollen wir... Nein, wir machen das jetzt. Wir ziehen das durch. So, schnell reisen. Recht schaffen. Dankeschön. Und jetzt wirklich konzentrieren. Ach shit, wir haben ja gerade ganz andere Verbündete. Ich weiß ja gar nicht, was die können. Oh, ich müsste eigentlich nochmal so ein Probefight mit denen machen. Hallo? Kann ich nochmal irgendwo kämpfen? Okay, bei so einem wichtigen Kampf jetzt einfach mit random Leuten reinzugehen, ist natürlich ziemlich mutig. Ich hoffe, hier rechts auf dem Parkplatz sind nochmal die Raisins Girls. Jawohl, da sind sie. Okay. Geh mal drauf. Bap. Für sowas sind wir zu hilf. Testen wir mal, was die so drauf haben. Ich glaube, wir bräuchten aber auf jeden Fall einen Supporter. Wir haben jetzt ja keinen Supporter drin. Nein, wir sollten euch irgendwann verzeihen, dass ihr uns unsere Kundschaft gestohlen habt. Aber nein. Sorry. Bla, 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 bla. So. Komm ran. Und wir müssen auf jeden Fall vorher noch ein paar Items craften. Ja, ins Jenseits mit euch. Ich muss mein Make-up checken. So, wie viel Damage machst du? So, einmal feuert einen Blitz auf einen Feind und führt zu einem Schock. Macht da wenig Damage. Dann ein Angriff, der garantiert schrumpft und unter Kühlung verursacht. Uh. Der macht ein bisschen mehr Damage. Und heilt und verwöhnt einen Verbündeten. Hm. Machen wir mal den Schockangriff. Bam. Ach so, weil der auf mehreren Feldern Damage macht. Okay, das ist nice. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber ich muss auf jeden Fall weiter im Hintergrund bleiben, weil ich kriege ja so krass einen drauf. Oh, oh, ich bin gecharmed. Oh, oh. So, toll, dass ihr da seid. So, was kann der denn alles? Okay, gleich down. Hm. Hm. Was haben wir hier? Zieh einen Feind heran und richte Schaden an. Okay. Aber können wir direkt down machen. Und bumm. Ach so, den letzten habe ich gerade hier. Was? Nice. Jetzt bin ich dran. So, was kannst du denn, mein Bruder? Ach komm, machen wir Damage. Dann ist er wieder auf unserer Seite. Was beschwert einen offensiven Geschützturm? Wie geil ist das denn, Mann? Oh. Den wollen wir doch direkt mal ausprobieren. So. Nice. Schießt er auch jetzt? Jetzt bin ich wieder normal, oder? Ja, ich bin wieder normal. Geile Sache. Hat sich gelohnt. Bam. Ich finde, wir sind ein geiles Team. Sie hat es schicksalsneuer. Wer hat hier eine Frachtbrügel bestellt? Aber das wird trotzdem nicht einfach. Zeig keine Schwäche. Geil. Hier ist Schock. Da wischte down. Obwohl. Oh, hierhin. Ne, da ist blockiert. Ach komm, dann. Dann machen wir den hier. Wir will ein Eis. Bam. Timm mal kurz, okay? Nice Attacke. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy. Oh mein Gott, wieso ist heute nicht Flanell Freitag? Es ist soweit. Ja, es ist soweit. Aber ich glaube, wir hauen die erst mal kaputt. Ah. Obwohl, nee. Die ist ja unterkühlt. Bam. 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 Noch eine erledigt. Und last but not least, oh. Türe Gefechtsprotokoll raus. Da komm ich gar nicht ran. Ich würde sagen, dann machen wir mal irgendwas. Wie machen wir hier den, ne? Hab dich. Ach so. Ist das geil. Bip, bup. Hat nichts gefunden. Nicht so schlimm. Wir können, glaube ich, auch eher weniger machen. Wir können zwar ranziehen, aber auch, obwohl. Vielleicht macht Token ja noch Damage. Bam. Ja, das schaffen wir, Leute. Das war unausweichlich. Okay, das war ein super geiler Testfight. Das schaffen wir. Jetzt nur nicht vergessen, noch ein paar Sachen zu craften. So, Crafting. Verbrauchsgegenstände. Extremes Gegengift. Nehmen wir. Weiter, weiter, weiter. Nochmal. Nochmal. Was haben wir denn hier? Eine mittlere Menge Gesundheit. Ja, machen wir auch. Wiederbelebungsserum brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben keine Flasche mehr. Beschaffe weitere Zutaten. Okay. Das brauchen wir auf jeden Fall. Macaroni-Bild. Okay, okay. Wir brauchen jetzt eine Flasche. Vielleicht können wir sogar direkt im Raisins noch eine Flasche kaufen. Deswegen jetzt noch nicht mit Moskito sprechen, sondern erstmal reingehen. Nein! Ich wollte erstmal einkaufen. Oh, man. Okay, das wird jetzt hart. Jetzt full Fokus. Das Gespräch kennen wir ja schon. Da hat er sich verführen lassen. Achso, da wusste ich ja nicht, ist das ein Typ oder eine Frau. Komm. Nein! Wir müssen sogar mit denen spielen. Oh, damn it. Ist es dein Ernst? Oh, man. Du bist doch so ein Trottel. Nein. Niemals. Das fängt dann ja schon richtig Käse an. So, tut mir leid, aber... Ja, das machen wir. Macht nicht ganz so viel Damage. Und er ist wieder auf unserer Seite. Hey, hey, lass diese Ladies gefälligst in Ruhe. Ich bin dran. Ja, wir geben jetzt erstmal... Oh, erstmal Moskito und Shit. Was? Muss ich ein bisschen nach vorne gehen? Okay. Ja, sonst ist er gleich schon down. Bup! Das habe ich gebraucht. Und die kriegt natürlich direkt einen drauf. Oh, das macht nicht ganz so viel Damage. Aber erstmal nach hinten hauen. Mega-Fausschlag. Das hat die Kaffee. 212. Uh! Hey, Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Alter, 192 Damage. Zum Glück haben wir da ein Schild gegeben. In Blut. Hey, ja. Bam, bam. Nice. Und ganz ehrlich, dieses bisschen Leben da. Das hätte aber auch noch weggehen können. Okay. Wir könnten jetzt... Ne. Aber wir ziehen sie ran und machen sie down. Okay. Bup! Schöne Kombi. Die Schweine gehören mir. Ich könnte jetzt weiter ein Schild verteilen. Genau. Moskito an die Front. Ja, machen wir. Als wäre mein Exoskelett mit Adabantium beschichtet. Super Craig kann jetzt leider nichts machen. Ähm. Ne, da braucht auch niemanden zu healen. Deswegen... Schämen wir uns hierhin. Ich lege das Immunsystem von jemandem. Blam. So. Bam. 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 War das wirklich nötig, Moskito? Oh, es war nötig. Jetzt nach hinten gehen und ranziehen. Wupp. Rückstoß-Kombo. Bam. Darauf trinke ich. Und ultimative Fähigkeit bereit. Au. Unfair. Ein bisschen Damage haben wir bekommen. Macht nichts. Wir spielen das gerade super runter. Heute ist mit leichten Briesen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. Wollen wir nochmal ein Schild geben? Ja. Wir machen das wirklich ganz, ganz safe. Ich bin unzerklatschbar. Also los. Ja, du kannst hier eigentlich nur weiter chillen. Du hältst Deinstellung. Wir machen hier weiter. Bam. Bam. Sehr befriedigt. Bam. Am Ende wirst du noch ein Eier zu legen. Wenn ich nur könnte. Und. Ja. Ziehen wir nochmal ran. Ist down. Okay. Jetzt kommen aber noch die ganzen anderen Raisinskills. Egal. Probiert nächstes Mal auch unsere Cheddar Pops. Okay Mädels. Jetzt reißen wir diesen Haseln in ihre A-Löcher auf. Ja. Mach das mal. Hey ihr Süßen. Ich hoffe ihr habt Spaß. Oder auch nicht. Natürlich. So. Wir verteilen ein Schild an Super Craig. Dann kann der nämlich an die Front gehen. Vielen Dank. Oh. Bin ich krank? Jawoll. Also das machen wir gerade 1A. Meine Sektenklasse startklar. Oh. Die hat aber viel Leben. Oh. Bin ich glatt am überlegen ob ich erstmal das mache? Ja. Mach ich. Nein. Das hab ich total verkackt. Kranke Scheiße Alter. Ich vermöbel dich wie meine Mama meinen Daddy. Schocki. Ich sag mal. Okay. Okay. Muss ich irgendwen healen? Nein. Wir ziehen einfach nur die Lady ran. Und machen noch ein bisschen Rückstoß Damage. Mein Saugrüssel steht offen vor Staunen. Nein. Ich will wieder Charm. Nimm das DC. Oh. Warum? Ah. Ne lohnt sich gar nicht. Lohnt sich da echt nicht. Ich seh voll übel aus. Aber ist immer noch auf unserer Seite. Komischerweise. Äh. So. Hier wird ein Schild. Was geht da zu schlagen um den Zauber zu brechen? Wird ihn wahrscheinlich töten. Bamm. Gleich kommt ihr noch diese heftige Lady. Baby. Nein. Nicht auf mich gehen Baby. Das hätte wieder alles versaut. Habt ihr mich übersprungen? Alles in Ordnung? Super. Zum Glück habe ich noch mal ein Schild. Dafür wirst du teuer bezahlen. Oh. Kann ich sie hier ran ziehen? Jawohl. Natürlich kann ich das. Super Craig. Hau hier noch mal eine rein. Sehr schön. Das gibt garantiert eine Norme. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Kein Fall. Hm. Wir machen die Platz. Super Craig. Rückschlag. Macht die andere Dame Platz. Super Craig einsatzbereit. Oh. Hoffentlich reicht das. Bamm. Gott. Heißt das wir sind die Loser? So. Letzte Lady. Komm ran. Okay ihr Bitches. Nur ihr und ich. Oh Moment. Ich hab ihn mitgebracht. Ich mach dich nicht ein. Jetzt geht's los Rebecca. Und nicht schon wieder. Ey. Was soll denn das? Jetzt werde ich mein Ding an euch reinstecken. Oh fuck. Das wird falsch. Oh Muskietu. Du versaust gerade alles. Sohn euch selber eine Traumfrau. Okay. Healen. Ne ranziehen. Oh ne. Der kriegt dann echt viel viel Damage. Uh. Gute Frage. Was mach ich jetzt? Ich kann. Doch. Ich zieh sie ran. Ganz ehrlich. Das machen wir. Dann ist nämlich Super Craig wieder auf unserer Seite. Ja. Leck mich. Okay. Wir müssen jetzt ein bisschen. Also Schilde muss ich auf jeden Fall hier reinhauen. Ja. Sonst überlebt er das nicht. Und ordentlich Gegengift. Obwohl jetzt brauche ich noch kein Gegengift. Aber jetzt gleich. Gefährliche Krüven verraschend. Nein. Ich fress dich auf. Shit. Hey. Obwohl. Ich lebe noch. Huh. Huh. Okay. Mir geht's gut. Okay. Ja. Das machen wir. Volle Kanone. Ja. Attacke. Entschuldigung. Das war gut. Die kann nichts machen. Ah ja. Wir könnten. Das machen. Machen wir auch. Machen wir auch. Huh. Dann muss sie sich gleich im ersten Mal übergeben. Kriegt noch ein bisschen Damage drauf. Wir ziehen sie jetzt ran. Oder wollen wir ihn healen? Ich glaube es bringt nicht ganz so viel. Ne. Der ist im nächsten Zug eh kaputt. Deswegen ranziehen. Noch ein bisschen Damage machen. Ja. Sehr schön. Und hier natürlich auch nochmal drauf. 160 Damage. Nehmen wir mit. Oh oh. Ich kann sogar überspringen. Noch geiler. Tut mir leid Rebecca. Oh. Wir können sie jetzt platt machen. Jawoll. Bam. Ja. Das ist die letzte. Wir haben es geschafft. Moskito. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passen. Ne. Da passiert ich dann. Okay. Dann heal ich jetzt nochmal Super Creek. Falls dort noch irgendwas passieren sollte. Angus Verschärkung. Fast 200 und. Human Kai willst du den Rest erledigen? Boom. Nice. Du hast gewonnen. Die 500 hat Flack gemacht. Raisins Outfit. Charakterbogen von Moskito. Und 4 Dollar 47. Leider kein Artefakt oder so bekommen. Hm. Aber egal. Na ja. Du bist der Beste. Ich bin der Beste. Das war's. Das war ein Auftrag. Wo man einfach nur. Rebecca platt gemacht hat. Okay. Da habe ich ein bisschen mehr erhofft. Aber wie gesagt. Raisins. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Um ein paar Fotos zu schießen. Muchachos. Das soll's auch gewesen sein, Freunde. Wir haben wirklich. Unser Kryptonit besiegt. Wir haben die Raisin Bar platt gemacht. Rebecca ist gefallen. Besser geht's nicht. Morgen geht's weiter. Mochachos. Daumen nach oben. Nicht vergessen. Bis dann. Reingehauen. Abonnieren. Amknieren. Abonnieren. Amknieren. Untertitelung des ZDF, 2020